Was hatten wir diese Woche noch? Ein historischer Moment für die Schweiz hat diese Woche stattgefunden. Somaruga hat beatboxed. Sorry, das klingt nach einer normalen Politiker-Rate, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, wir haben unser erste richtig Schweizer Satellit ins All geschossen. Ein Schweizer Satellit, das regt natürlich die Fantasie an. Wie kommt der ins All? Durch einen Aufschlag von Roger Federer wahrscheinlich. Wie sieht so ein Satellit aus? Ein fliegendes Armeemesser mit Fondue-Brennpasten als Antrieb? Nein, natürlich so. Viel aufregender. Ganz klassisch im trendigen Satellitenlocken mit Solarzellen und zünftigen Alufolie rundherum. Ein fliegender Grillherdöpfel. Ist ja auch egal. Das sieht ja auch niemand dort im Weltall. Er heisst Cheops und soll im All nach neuen Planeten suchen. Dafür hat er auch spezielles entwickeltes Teleskop-Abort. Das ist natürlich typisch. Andere Nationen schicken Hunde, Menschen und Autos ins All. Und wir Schweizer die alten Spanner schicken den grossen Feldstecher hoch. Damit man auch schön die Welt herum aufpassen kann. Nicht auf dem Mond sollte man wieder etwas Stoppsaugen. Hoppla, Sie sind aber schnell unterwegs. Haben Sie überhaupt eine Bewilligung für die Umlaufbahn? Oder vielleicht ist es ein fremder Polizist. Hey, sind die Ringe um den Saturn wirklich echt oder lebt er in einer Scheine? Hmmmm. Und zum Glück waren wir Schweizer nicht die ersten auf dem Mond. Wie uncool. Man hat ja nicht eine coole Flagge dort gelassen. Wahrscheinlich einen Gartenzwerg, einen Landstuhl und eine Rivella-Flasche liegen. Aber man fragt sich, wie findet man überhaupt einen neuen Planeten? Weiss das jemand, wie man so einen Planeten findet? Das geht so. Wenn man beobachtet, dass die Helligkeit eines Sterns periodisch abnimmt, dann weiss man, dass wahrscheinlich gerade ein fettes Planet vor der Afe fliegt. Oder deine Mutter. Hey, please. Nein, please. Meine Mutter hat immerhin nicht zwölf Monde wie deine Mutter. Das muss man auch sagen. Aber man muss sagen, ich meine, so genau Sachen zu messen, das ist eben schon richtige Schweizer Präzessionsarbeit. Ja gut, also ist ja nicht ganz Schweizer. Also die Optik kommt aus Italien, die Elektronik kommt aus Deutschland, die Antennen kommt aus Spanien und die Radiatoren kommen aus Ungarn. Aha. Gut. Aber den Dudel für die Sitzung aufgesetzt und Parkplätze reserviert haben wir ja Schweizer. Ja. Und natürlich einen Grossteil bezahlt haben wir auch. 30 Millionen hat die Schweiz in das Projekt investiert. Da denkt man, wow, wie viel. Aber für diesen Preis kommt man nicht einmal neue Reifen für Kampfjets rüber. Gerade ja noch. Und man kann wirklich sagen, dass das Geld gut investiert ist. Schliesslich, was könnte man damit für Planeten entdecken? Zum Beispiel der Heimatplanet vom Baby Yoda könnte man eventuell finden. Und das Beste, wenn man so einen neuen Planeten findet, dann darf man ihn ja auch benennen. Und da haben wir auch etwas schönes lesen letzte Woche. Nach einer Ausschreibung hat eine Schulklasse dem Planeten HD 130322b einen neuen Namen geben. Und sie haben sich mega Gedanken gemacht, einen super Namen herausgefunden. Der Planeten heisst jetzt Eiger. Da denkt man, naja. Aber die haben sich etwas überlegt, weil der Stern, um den sich der Planeten herumdreht, der heisst Mönch. Und die beiden befinden sich im Sternbild Jungfrau. Wow! Also ich meine, hey, mega viel überlegt für eine Schulklasse. Mega viel. Was? Wahrscheinlich war es der Lehrer, der sich viel überlegt hat. Ja, wahrscheinlich so. Wenn es wirklich Kinder benennt hätten, dann würden wahrscheinlich Alte Bro oder Loredana heissen, denken Sie mal. Aber da wäre ja eigentlich mehr möglich gewesen. Überlegen wir mal mit. Ein mächtiger roter-gelber Stern, und ein kleiner Planet, das treu um ihn herumkreist und ohne ihn nicht leben kann. Wie könnte man die nennen? Gute Namen wären zum Beispiel Xi Jinping und Rochi Köppel. Ja, das wäre ja. Oder ähnliches Verhältnis Zürich und Winterthur wären die klassischen Namen, ja. Oder jetzt habe ich es. Ein mega heisser Stern, ja. Also ein richtiger Star und ein kleiner Planet, das von ihm abhängig ist. Das sind wir, Karpi. Das sind wir. Hey! Ich würde mir sagen, Cheops, viel Erfolg bei deiner Mission und hoffentlich findest du bald ein Planet, das noch bünzliger ist als wir. Viel Glück! Ich würde mirÓisf das, wir würden flera Anteil am Stand 이것 wie kannst du die äusschliche Zürich war, Wir würden wohl scoffer desk pyramid, Wir würden mängen unseren Kyten gehört werden,